Hier präsentieren wir die 5 besten Thermos Becher Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Contigo Thermo Becher West Loop Auto Seal. Wenn Sie diesen Becher wählen, können Sie zwischen 29 Designs wählen. Durch die Fähigkeit von 470 ml haben Sie ausreichend Platz für gemütliche oder kühle Getränke. Ihre Getränke bleiben bis zu 12 Stunden kühl und auch 5 Stunden gemütlich. Dank der neuen modernen Technologie verriegelte diese Tasse nach jedem Schluck, den Sie nehmen. Dies ist dank der Auto Seal Taste. Aufgrund des Gewichts von 322 Gramm können Sie diesen Becher einfach und einfach bewegen. Nummer 4. Leomy Thermo Becher Isolierbecher Café Togo Travel Mook. Wie viele andere Tassen wird auch dies in verschiedenen Farben angeboten. Sie haben die Wahl, den Artikel in Blau, umweltfreundlich, Rot, Schwarz und Weiß zu kaufen. Dank der doppelwannigen Gebäude und Konstruktion der Tasse, wird es Sie warm oder kühl für eine lange Zeit zu halten. Sie können diesen Thermo Becher mit 350 ml Flüssigkeit beladen. Nach Angaben des Verkäufers wird es Sie kühl und warm für 12 Stunden zu halten. Da bei der Herstellung dieses Produkts nur hochwertige Materialien verwendet werden, enthält das Produkt keinerlei BPA. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Velgro Thermo Becher 400 ml. Sie können diesen Thermo Becher in 14 Farben wählen sowie ihn nach Ihrem Geschmack kaufen. Eine Ersatzabdeckung ist ebenfalls enthalten, sodass Sie keine Art von zusätzlichen Zubehör erwerben müssen. Wenn man bedenkt, dass der Artikel BPA-frei ist, nutzen Sie eine Tasse, die für Gesundheit und Wohlbefinden unbedenklich ist. Dank des Soft-Touch-Griffs halten Sie Ihre Tasse immer sicher in der Hand. Es hält 400 ml sowie aus diesem Grund nutzt Sie Platz für ein paar Tassen Tee oder Kaffee. Wenn Sie diesen Artikel auf einer glatten Oberfläche verwenden, profitieren Sie vom rutschfesten Boden. Nummer 2. Milu Thermo Becher Isolierbecher Kaffeebecher Der Becher wurde eigentlich so konzipiert, dass er vollständig in das Auto passt. Es ist leicht in 4 Schattierungen sowie verfügt über eine praktische Betreuung. Dank des spülmaschinensicheren Deckels können Sie das Produkt schnell reinigen. Wenn Sie diesen kurzen Artikel kaufen, erhalten Sie sicherlich einen zusätzlichen Deckel im Umfang der Sendung. In der Tasse haben Sie Bereich für 210 ml Kaffee, Tee, Saft oder Milch. Als Ergebnis der stattdessen kleinen Dimension des Artikels können Sie es sogar direkt unter dem Kaffee-Gerät positionieren und auch laden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Emsa N 2.011.900 Travel Mook Wave Design Thermo Becher Isolierbecher Dieser Emsa Travel Cup ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Sie können es in schwarz, blau, rosa und auch grau kaufen, um Ihre Kochbereichsgeräte zu entsprechen. Durch die 500 ml Fähigkeit können Sie schnell 2 Tassen Kaffee oder Tee laden. Die funktionale Öffnung ermöglicht es Ihnen, diese Tasse mit dem Druck eines Schalters zu betreiben. Trotz der Tatsache, dass das Produkt einfach zu öffnen ist, ist es weiterhin 100%ig auslaufsicher. Dank der 360 Grad Trinköffnung können Sie flexibel und ohne Abstürze konsumieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.